An welchen 14 Zeichen können Sie einen Lügner erkennen? Woran merken Sie, ob jemand Ihnen eben nicht die Wahrheit sagt, sondern einen Bären aufbindet und Sie hinters Licht führt? Ich werde Ihnen diese 14 Signale aufschlüsseln, damit Sie künftigen Gesprächen Leute durchschauen können und der Wahrheit auf die Schliche kommen. Mein Name ist Martin Wehle. Vielleicht kennen Sie mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater oder auch als Karrierebuchautor. Die Spannung ist groß und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt kommen die 14 Zeichen, an denen Sie einen Lügner erkennen können. Zeichen Nummer 1. Lügner verwenden sehr gerne Formulierungen wie ehrlich gesagt oder ungelogen. Da gibt es Studien darüber, die zeigen, wer solche Begriffe verwendet, wer betont, dass er die Wahrheit sagt, der hat gute Gründe dafür, nämlich oft ist er am Lügen. Zweites Erkennungszeichen. Lügner neigen dazu, dass sie relativierende Formulierungen verwenden. Das können Sie oft in der Politik erleben. Wenn ein Politiker eine kritische Frage gestellt bekommt, bezogen auf die Vergangenheit, dann sagt er gerne, nach meiner Erinnerung war es so und diese Relativierung besagt schon, er ändert sich vielleicht nicht so genau, womöglich mit Absicht, womöglich, weil es eine Lüge ist. Dritter Punkt. Vermiedene Ich-Formulierungen sind auch ein Zeichen, das auf Lügen hindeuten kann, wenn jemand oft Mann sagt, wenn jemand oft Wir sagt, wenn jemand gezielt das Wort Ich vermeidet und damit die Verantwortlichkeit für das, was passiert ist, kann es ein Hinweis auf eine Lüge sein. Vierter Punkt auf meiner Liste, das ist sprachliche Schönfärberei. Also zum Beispiel wurde Geld geklaut und man befragt jetzt ein paar Leute und einer sagt, ich habe mit dem Verschwinden des Geldes nichts zu tun. Verschwinden des Geldes klingt natürlich viel netter als Diebstahl. Also da ist eine Formulierung am Werk, die darauf hindeuten kann, dass jemand relativiert. Fünfter Punkt, das sind Selbstbezeugungen. Oftmals sagen Menschen, wenn sie in einer Rechtfertigungssituation sind, ja, ich habe ja schon nachgewiesen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wenn jemand sich selber der Zeuge ist, wenn jemand sagt, er habe etwas nachgewiesen, es sei einwandfrei erwiesen, dass er, dann hat er offenbar keine anderen Zeugen und dann kann das darauf hinweisen, dass es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Sechster Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, das ist die Diskrepanz zwischen Wort und Körpersprache. Ich habe mit dem Verschwinden des Geldes nichts zu tun. Ich sage etwas, was klar ist, ich habe mit dem Verschwinden des Geldes nichts zu tun, ein klarer deutscher Hauptsatz, aber derweil zeige ich eine Körpersprache, die auf große Unsicherheit hindeutet. Wann immer jemand in den Worten anders spricht als mit dem Körper, ist etwas mit ihm im seelischen Gleichgewicht nicht in Ordnung und der Grund kann natürlich sein, dass derjenige in dieser Situation lügt. Denken Sie bei Menschen, die Sie lange kennen, auch immer daran, wie Ihre normale Körpersprache aussieht. Wenn die Körpersprache abweicht und wenn es da eine Diskrepanz zwischen Wort und Körpersprache gibt, kann es ein Hinweis auf eine Lüge sein. Ich mache weiter mit dem siebten Punkt und das ist ein auffälliger Augenkontakt. Also normalerweise schauen wir ja Menschen an, wenn wir mit ihnen sprechen. Wenn ich jetzt meinen Blick plötzlich von ihnen abwende und wieder zuwende und ich habe da gerade was gesagt, also ich bin Multimillionär, gucke weg und gucke wieder hin, dann kann es ein Hinweis auf eine Lüge sein. Aber es gibt auch geübte Lügner, die ihnen gerade gezielt in die Augen starren, wenn sie lügen und das auffällig lange tun. Also beides auffällig starrer Blickkontakt, aber auch ein abgewandter Blickkontakt, kann auf eine Lüge hindeuten. Jetzt komme ich auf den achten Punkt zu sprechen. Das ist ein bestimmtes Signal der Körpersprache und zwar eine unbewusste Zurücknahme. Ich sage also etwas über mich. Ich habe mit dem Diebstahl nichts zu tun und fahre derweil an den Mund, so als wollte ich die Worte zurückhalten. Die Handbewegung zum Mund ist eine typische Geste, die im Verhör bei Menschen auffällt, die eben nicht die Wahrheit, sondern die Unwahrheit sagen. Ich komme auf den neunten Punkt zu sprechen. Das sind Stresssignale, die auch unwillkürlich passieren, zum Beispiel erröten, schlucken, räuspern, schwitzen. Wenn ich erröte, wenn ich immer wieder mal schlucken muss, wenn ich sehr ins Schwitzen gerate, dann zeugt das von innerem Stress. Und dieser innere Stress kann den Grund haben, dass ich ihnen eben nicht die Wahrheit sage, sondern die Unwahrheit. Zehnter Punkt, das sind Übersprungshandlungen. Wenn ich während ich spreche irgendwo zupfe oder mit einem Stift rolle oder irgendetwas tue, mich abreagiere, ist etwas seelisch mit mir nicht in Ordnung und es kann wiederum ein Hinweis auf eine Lüge sein. Elfter Punkt, das ist ein Herunterspielen des Sachverhaltes, dass ich also so tue, als sei gar nichts Schlimmes passiert. Ich beschwichtige, ich rede es schön. Und wenn jemand so agiert, obwohl etwas passiert ist, was weniger schön ist, dann kann es sein, dass er seine eigenen Interessen vertritt, weil er eben mit dem misslichen Vorfall etwas zu tun hat. Zwölfter Punkt, das ist Zeitschinden. Sie fragen mich, hast du mein Auto benutzt? Und ich sage, ob ich dein Auto benutzt habe? Und indem ich die Frage wiederhole, zeige ich schon, dass ich nicht ganz sicher bin, sonst hätte ich einfach gesagt, nein. Also vielleicht habe ich mir Ihr Auto ausgeliehen, ohne es mit Ihnen abzusprechen. Ein Wiederholen der Frage kann einen Lügner überführen. Ich komme auf den 13. Punkt und das ist die Glaubwürdigkeit erzwingen wollen. Das machen Lügner gerne, indem sie immer wieder wiederholen, ich habe nichts damit zu tun, ich habe nichts damit zu tun, ich habe nichts damit zu tun. Und sie wiederholen es so oft, als wollten sie es mit einem Hammer in ihren Kopf reinklopfen. Und diese stetige Wiederholung, das ist oft ein Hinweis darauf, dass es jemand nötig hat und dass er dann in Wirklichkeit doch schuldig ist. Und jetzt kommt noch der 14. Punkt, den ich auch sehr interessant finde, und zwar Details an den falschen Stellen und Lücken an den wichtigen. Also wenn Sie jemanden zum Beispiel fragen, ob er im Verlauf eines Tages etwas Schlimmes getan hat und Sie konfrontieren ihn konkret mit einem Vorwurf und er erzählt Ihnen ausführlich, was er an diesem Tag gefrühstückt hat, was er danach getan hat, aber dann auf einmal, wenn es um die betreffende Zeit geht, wo was passiert ist, da wird das sehr ungenau und da wird das sehr schwammig. Das wiederum können Anhaltspunkte für eine Lüge sein. Jetzt möchte ich Ihnen eine Warnung mit auf den Weg geben. Es reicht natürlich nicht, wenn ein paar dieser 14 Punkte erfüllt sind. Das passiert auch mal im Gespräch einfach so. Aber wenn Sie merken, es gibt eine auffällige Häufung solcher Signale, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie es mit einem Lügner zu tun haben und dann sollten Sie alles tun, diesen Lügner zu überführen. Wie man das macht, vielleicht werde ich dazu auch mal ein Video drehen. Ich freue mich, wenn Ihnen das Video gefällt, dass Sie den Daumen nach oben weisen lassen, dass Sie den Kanal abonnieren, dass Sie es teilen, dass Sie Playlists anlegen und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehle und am besten auf den Kanal abonnieren,